Was kann man hier machen? Ich hätte ja dabei, in den Meisterkümmern Wurmhügel einzuebnen, das Vieh zu unterhalten. Was soll das Vieh unterhalten? Okay. Steht der wirklich? Ich denke mir das nicht aus. Weiß man ja nicht. Komm, ich unterhalte dich mal. Geil. Will ich das eigentlich zusammen machen? Ja, ich bekomme jedes Mal, wenn du was machst. Oh, okay. Sehr gut. Wir müssen gleich mal schneller. Ja. Ich habe gemacht, dass der versinkte Mais wieder nach ist. Wow. Das sind grünen Daumen. Ja. Verditenwellen? Oh, sehr schön. Wieder ein Event. Jaja. Jaja. Oh. 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 Oh ja, aber eben ein Jack-Locker. Ja. Rennt, ihr Schweine. Konnte man in Optionen nicht irgendwie einstellen, dass man automatisch Sachen gelootet hat? Ja. Konnte auch nicht. Das hab ich immer an, weil es nicht ist. Loot ein Level oder was? Ja, sag mal. Jaja. Du hast das ja schon fertig, das Herz. Ich hab ne Tasche bekommen, yay. Das Gute ist, wenn man levelt, dann kriegt man diese ganzen Level-Level-Sachen, Material. Ach so, war noch gar nicht fertig. Ja, ja, jetzt übertreibt man nicht. So. Wie geht's? Ich trieb keine Milch. Ich bin Veganer. Lederbeutel, yay. Ähm. Edle Ausrüstung. Ein Murmzahn. Die kommen doch mal kaufen. Ich hab ja genug Kamerhunde. Wie viel hast du denn? 28.000. Ja, das sind so ein paar. Ich hab nur 236.000. Wo bleibt bitte der Spaß? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wo bleibt bitte der Spaß? Das sieht auch so aus. Gleich mal ein schönes Accessoire angelegt. So. Neue Handschuhe. Die völlig falsche Farbe haben. Egal. Kannst ja sagen. Nö. Kein Lust. Dann beschwere dich nicht. Ach so. Hoch. Verschlüsselte Befehle. Was ist das denn? Ach, das ist neu. Das ist hier. Von diesen Bandiden. Gedönst. Ah. Oder relativ neu. Also. So neu ist es auch nicht mehr. Es gibt so Bosse. So Bandidenbosse. Vier Stück glaube ich. Ach. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier auf der Karte einer war. Äh. Ist mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. So. Laufen wir den mal hin. Können ja das Herz Event hier mal machen. Ja. Aber früh die Fallen. Okay. Töte ich Linz. Wenn man Skala entfließt. Weißt du, was uns noch fehlt? Was denn? Äh. Erntezoll. Stimmt. Oh. Warnung, Prüfmutter. Ich sehe nichts. Das ist gelogen. Hm. Oh. Jetzt sind wir schon draußen. Hm. Jetzt hätten wir dann wieder ein Stückchen zurücklaufen. Hm. Jetzt hätten wir dann wieder ein Stückchen zurücklaufen. Ja. Ist ja voll unrealistisch. Mein Schwert geht gar nicht aus, wenn ich im Bastard bin. Ich spiele ja auch mit dem Feuerstoß. Aber du kannst das ja immer wieder machen. Was ist denn unterschiedlich? Hm. So. Was haben wir denn da? Ist da irgendwas? Nein. Da war was. Da ist die Brutmutter, glaube ich. Hm. Das ist ein bisschen russisch. Das ist ein bisschen russisch. Süßes oder saures. Ey. Wie schaut es eigentlich mit meiner magischen Geschwür aus? 161 Prozent. Jetzt habe ich keine Waffen. Jetzt dabei. Ach Gott. Wie guckt man das nochmal nach? Das ist bei H und dann Ausrüstung. Pff. 108 Prozent. Nein, die Wüde. Das ist ein bisschen mehr als ich. Ja. Achso. Ähm. Kommt dir was? Sieht nicht so aus. Ich glaube, das wäre schon längst wieder gespawnt. Ten Ice Fox. Was noch cool ist, du kannst per Tastentruck das Spiel auf Englisch machen. Stimmt, ja. Ja. Drennen. Und tot. Nicht schnell. So. Warten alle auf den. Wetterer an. Hm. Wahrscheinlich. Fischer Justin. Warte. 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 So. Irgendwas tut so schön. Hallo. Limpbwurmschubel. Heilkraft. Heilkraft brauche ich jetzt schon mal. Ich habe schon was an. Hm. 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 Da hoch. Elementare Töten. Okay. Makachishano. So. So. Gehen. Was verteilen? Ah. Hallo. Oh, der war wohl gerade lieber. Hm. Ja, haben wir leider gepasst. Naja. Ja. Vielleicht ist die Ada hoch. Ja. Oh shit. Da hab ich jetzt noch ein paar Zocken anziehen. Oh. Ja. Was hattest du? Und tot. Was ist sie denn? Mach da oben. Komm nochmal hier hoch. Okay. Äh. Ach, hier unten kann ich das genauso gut machen. Da oben ist aber ein Aussichtsbuch. Okay. Verstehst du das nicht? Ja. Ich nix verstehe. Außengeländer. So. Fertig. Was? Ja mit der Herzquest. Ah. Nö. Also ich schon. Echt? Hm. Hey. Lernt wie man ausweicht. Ehrlich. Ich hab nen cooler den Gleiter. Guck mal. Ja. Ah. Ist die wieder gekauft. Damals. Als ich noch etwas aktiver gespielt hätte. Große Damm. Ob der mal irgendwann brischt. Brenn in der Geschwindigkeit. Was macht das Sinn? Gleitet vorwärts im Ruf. Gibt die Explosionen ja bevor man jetzt endlich vor aufs Feuer und kick nach Brenn zu flühen. Nö. Ja. Bandgeschäfte. Nö. Vielleicht mal austesten. Wo ist mir mal einer? Sag mir her. Hm? Waaah. 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 So. Gehen wir mal da nach oben und lernen wir mal wie wir ausweichen waren. So. Wo denn? Da hinten. Ja da ist ja eh ne. Mh. Hm. Feuern macht das nicht so viel. Hm. Witzel. Ganz in deiner Nähe. Leuchten roter Äpfel. Spinneneier sind. Wie ein Spinn. Mach das weg. Warum mit reifen Äpfel. Und was kann lohnt das Spinnen. Ah, die haben die Äpfel dabei. Okay. Waaah. Und er hat alle. Waaah. 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 Aha. Oh, was ist abgeliebt. Mach mal. Wenn die ab. Hä? Auf der Karte, da wo der Korb ist mit dem Pfeil. Hier. Ach da. Voll übersehen. Linde Fuchs. Sie hat keine Karte. Sie hat einen Degang. Hehehe. Hey, fertig. Neee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ich werde nicht. Ja, ja, ja. Sonst an die Äpfel kommen und passt auf die Spinnen auf. Hallo! Yay! Du hast aber ganz schön viele abgegeben, oder? Ja, mal ein paar. So, was hast du denn schönes für mich? Kuchen, ein Messlöffel. Wie die Präzision. Braucht man nicht schwierig. Ich nehme, was ihr habt, aber es bleibt kaum noch Zeit. Ja. Macht er denn was Schönes für uns? Macht er uns den Kuchen. Schlagt und tretet die Bäume, bis sie wackeln. Wie soll man sonst an die Äpfel kommen? Ach, und passt auf die Spinnen auf. Ich habe euch gar nicht gesehen. Lesser können wir über den Mund nicht rein. Machen alles besser. Hm. Was haben wir denn bekommen? Noch ein Level. Okay. Mhm. So. Yay, jetzt kann ich eine Begleiternwaffe auslösten. Sehr schön. Hallo! Schüssel Apfelmus hat er gemacht. 4% auf magisches Gespür. Ich würde es nicht ertragen, den Hof zu verkaufen. Zu viele Erinnerungen. Nehmen wir mal zwei mit. Ohne euch hätten wir hier einen katastrophalen Kuchenmann. Woah! Hilfe! Meine Katze ist gerade in den Schoß gerutscht und hat sich ein bisschen reingekrallt hier. Au! Aua! Aua! Schmerzen! Wie machst du jetzt da? Ja, ich nicht. Meine Katze. Ich glaube, die hat sich ein bisschen erschrocken. Ja. Ja. Sie hat komisch geschaut. Es stört sich gerade die Wand an. Oh mein Gott. Wie geht's dodgen? Ja. Daaa! Haha! Erstmal... Oh! Mann! Jetzt ja. Was ist denn da? Jaja. So. Taschendübeln! Ein Schnitzkörbel! Eins. Eins.